Mach ich auf NCI in Egypt. Mach so eine Halloween-Map of Zombie. Ja. Mach mal diese Kürbis-Map of Zombie plus niemand darf in Untergrund. Da. Oder mach mal Zombies nur im Untergrund. Darf ich mich dann in den Kürbis einbauen? Das können wir natürlich machen. Äh, Zombie-Geschwindigkeit. Ja. Maximal. Ne, mach so Zombie-Geschwindigkeit halt ein bisschen schneller als Überlebenden. Überlebenden. Und mach hier Two-Hit-Kill. Nicht One-Hit. Alles klar, kein One-Hit. Also Two-Hit, weil... Autsch! Es wird manchmal so, dass bloß noch ein Schuss fehlt, um zu überleben. Das ist halt dann immer scheiße. Einen Two-Hit. Alles klar. Dann nehmen wir jetzt die Karte von eben. Oh, jetzt hab ich natürlich alle Karten. Pädobin-Karten sind grad reingekommen. Cool. Nimm mal ne andere, die ist nicht so gut für Zombie, finde ich. Meinst du nicht nur unten? Doch unten? Nur unten? Doch, komm. Hä? Nein, da kommen Zombies von zwei Seiten und du bist instant weg. Das ist doch witzig. Aber gut, komm, wir machen. Das ist ja grad das Witzige. Du darfst ja nicht sterben. Das ist ja am Anfang immer bloß ein Zombie, weil wir so wenige sind. Stell dir mal vor, du bist da unten in so richtig kleinen Gasse und hast keine Ausweichmöglichkeiten außer zu rennen und abzuschießen. Prost. Auf den Streck trinke ich erstmal noch was. Ich auch. Ja. Das ist... Wir hätten eigentlich jetzt, wenn wir StarCraft hätten, könnten wir Slender und StarCraft spielen. Da könnten wir es vielleicht mal schaffen, alle Seiten einzusammeln. Ne. Wir sind nämlich zu scheiße, die Seiten alle zu finden. Ja, das sind wir. Also du hier unten. Okay. Ich bin hier unten. Okay, jetzt haben wir noch Packs auf, aber... Okay. Alles klar. Der Zombie ist, der tut bitte erstmal so ein bisschen Auslauf lassen. Wann wird geklärt, wer Zombie ist? Sag mal... Sagt man das eigentlich One-Shot für die Zombies an, oder? Nö. Ne, wir sollten die Zombies one-shotted werden. Sollte eigentlich nicht. Ich mach wieder ein bisschen Farbe unter die Decke. Falls du Zombie wirst, dann... Damit ich weiß, wo ich schon mal lang gegangen bin. Falls du Zombie wirst. Oh, vielleicht sollte ich das nicht machen und dann wisst ihr, wo ich lang gegangen bin. Ist auch ein bisschen blöd. Ach egal, komm. Sieht einfach cool aus unter der Decke. Hallo. Ey, guck mal, ich hab hier so eine Absperrung gemacht, das sehen wir immer, wenn die Zombies kommen aber sie kommen nicht sofort... happened. Nein, wie geil. Oh, geil, Wallhack. Ich häng in der Decke fest. Hier hinten links ist einer. Ich häng mich unter dem Decke, was soll der Scheiß? Weiß. Ich auch. Hinter! Was soll der Scheiß? Ihr gebt's wie immer auf dem Wallhacks. Wir bleiben in der Decke stecken. Ja, ich bleib auch in der Decke stecken. Hallo. Ich bin gerade irgendwie rausgebockt. Warte, ich geh mal kurz wieder... Ich bin gerade oben. Ich bin gerade oben. Ich hab mich gerade durch die Wand geglitscht und bin im Obergrund. Ich auch. Was soll der Scheiß? Was? Wieso auf einem bin ich tot? Alter, ich bin auch einmal oben. Alter, das ist böse. Wenn ich oben in der Wand bin, kann ich alle Überlebenden sehen. Ja, ne? Lauf. Lass. Auf einmal bin ich wieder oben nach oben gespawnt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Die Karte ist ein bisschen entgegen. Nein, 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 nein. Ja, nein. Bwaaaah. Zombie. Wir sind irgendwie für sie jetzt auch schon so rein. Okay. Nein, ich hab auch einfach geigetötet da noch rein. Ich hab mich gerade doos, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ey, aber nicht, dass ihr dann von oben oder so. kommt durch die Decke das wird nein 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 das machen wir doch nie ich komme durch die Decke die Angst vor euch geht bitte weg, danke. Oh hallo Sally, boah, Alter, hast mich auch grad voll erschrocken ich häng schon wieder in der Decke fest ich finde den Schnell nicht mehr. Und jetzt bin ich nach oben gebackt was? ok, scheiße Boah, mir reicht, ich packe immer wieder nach oben. Ja, irgendwie. Was? Ja komm, lass machen mal. Warum wurde ich denn noch nicht gegessen, Uzo? Komm, lass aufhören, oder? Nee, das ist grad witzig. Oder? Ja, okay. Alter, ich packe immer wieder nach oben, wenn ich einen sehe Das ist so wies Oh, ich bin gerade ganz nach oben gespackt, jetzt reißt mich grad nicht auf. Okay, uuuuuh Ich hab keine Munnisch configuration�� Scheiß dreck. Neeeeeiin behaviors Was? Nein, renn 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 – neinых – nein – nein ich hinde, nee Ganz knapp. Ich hab noch zwölf Leben oder so Ich bin wieder durch die Wand gebackt Ich bin hier geblieben Karl ist letzter Überlebender Das können wir nicht ernst meinen Doch, könnt ihr Ich weiß wo er ist Ich weiß wo er ist Also nicht durch einen Warlag Es hat gerade gebackt Er ist irgendwo hier wo ich bin Ich grab mich hier rundherum Er ist unter mir Ich riech ihn Da ist er, da ist er, da ist er Scheiße Wo ist er, wo ist er Ich folge den Schluss Tag, Torben Alter, was habt ihr Nein, was, ich schnell seid in ihr, Bitches Bist du ja im Obergrund Ey, Karl sagt nur Untergrund, Junge Okay, ich geht's in den Untergrund, okay Nee, ich werde nicht schnitt Alter, yo Endlich Wieder in den Untergrund, wieder in Ich mach mal einen Cut Du bringst gar noch Film Ja, wir machen hier einen kleinen Cut Und wir sehen uns dann gleich wieder In unserem kleinen Halloween-Special In Hazard Ops Oder in G-Mod Bis nächstes Ciao, ciao